Peace, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja, Leute, heute wollte ich auf jeden Fall etwas testen, Experiment, und zwar diese Messer so warm machen, diese Feuer, und dann so Sachen testen, wie das funktioniert, was ist dann passiert. Und ja, Leute, bevor das Video losgeht, abonnieren und liken, nicht vergessen. Und mit Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Und ja, Leute, let's go. So, Leute, let's go. Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1, go. Auf jeden Fall das Erste hat einfach reingegangen und der Zweite ist ein bisschen so geschmolzen. Und ja, Leute, wir fangen an mit dem Zweiterer an. So, Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. So, Leute, wir fangen an mit dem Zweiterer an. So, Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1, go. So, Leute, wir fangen mit dem Viertel an. So, Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1, go. Leute, leider hat das mit das nicht geklappt. Und ja, wird ab mit dem Letzterer. So, Leute, seid ihr bereit? Zeit für die letzte Sache. 3, 2, 1, go. So, Leute, seid ihr bereit? Ja Leute, das war's auch mit dem Video, wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, bei 20 Likes, kommt auf jeden Fall ein neues Experiment Leute, und ja Leute, abonniert mit Glocke und teilt und folgt mir auf Instagram, Link in der Beschreibung, und bis zum nächsten Video, ciao. Bis zum nächsten Mal.